Vergiftung durch Dünger beim Hund. Dünger ist nicht giftig, aber wieso kann er trotzdem das Leben Ihres Hundes bedrohen? Bleiben Sie dran, dazu gleich mehr. Paracelsus sagte ja vor etlichen Hunderten von Jahren, die Dosis macht das Gift. Chemischer Dünger ist an sich, also dieses Blaukorn, was auch Rot- oder Gelbkorn sein kann, ist an sich nicht giftig. Aber ab einer bestimmten Dosierung ist es durchaus lebensbedrohlich für Ihren Hund. So sollten zum Beispiel Rasenflächen, die gedüngt worden sind, erstmal für 14 Tage für Ihren Hund tabu sein. Achso, und Blaukorn, das wird auch alternativ als NPK-Dünger bezeichnet. N für Stickstoff, P für Phosphor, K für Kalium. Es ist aber eben chemischer Dünger, der ab einer bestimmten Dosierung giftig ist, giftig wirkt. Gefahr ist auch bei Flächen, wo sich dieser Dünger ansammeln kann. Zum Beispiel bei landwirtschaftlich genutzten Flächen. Wenn also der Bauer dann zum Beispiel mit seinem Traktor wendet, da kann durchaus einfach mehr Dünger zusammenkommen. Und wenn dieser Dünger dann in Pfützen läuft. Und Sie sollten auch darauf achten, dass in den Bereichen natürlich Ihr Hund dann nicht aus möglichen Pfützen trinkt, aber auch in den Bereichen kein Gras frisst. Die Symptome können sein Durchfall, blutiger Durchfall, Blut im Kot, auch Atembeschwerden, Zittern, Muskelzittern, Erbrechen, einfach Schwäche, Schmerzen, Unruhe, letztendlich auch bis hin zur Bewusstlosigkeit und der mögliche Tod droht. Wenn eben keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Gegenmaßnahmen sind auch hier, wie auch bei anderen Vergiftungen, wie bei Rattengift oder auch Schneckenkorn, die, erst mal die Gabe von Kohletabletten und dann sich sofort auf den Weg zum Tierarzt oder in die Tierklinik zu machen. Und die Kohletabletten sollten wirklich unmittelbar nach der Vergiftung verabreicht werden. In Wasser auflösen und dem Hund über eine Spritze verabreichen. Das gefährliche oder noch besonders gefährliche ist, das sind ja oft eben bunte Kügelchen, oftmals blaue Kügelchen, das kann sich dann auch um Schneckenkorn handeln und sie können auch Rattengift sein. Die Gegenmaßnahmen sind aber in jedem Fall identisch, also immer mit den Kohletabletten und dann eben sich sofort auf den Weg zum Tierarzt oder in die Tierklinik zu machen. Günstig ist es natürlich sehr hilfreich, wenn Sie eine Probe mitbringen können. Oder wenn es vielleicht auch, wenn Ihr Hund irgendwo in die Garage allein gelangt ist und da sind vielleicht Vorräte von Blaukorn, dass Sie dann eben auch etwas von der Packung mitnehmen. Also wenn es wirklich breitflächig gestreut ist und der Hund läuft rüber, wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Da ist jetzt nicht unmittelbare Lebensgefahr. Kommt natürlich immer auf die Größe des Hundes an. Bei einem Chihuahua oder bei einem Welpen ist natürlich eine ganz andere Gefahr als jetzt bei einem Rottweiler oder bei einem Bernardiner. Aber achten Sie bitte auf mögliche Konzentrationen von Blaukorn am Rand vom Rasen, am Rand von eben landwirtschaftlich genutzten Flächen. Eine weitere Gefahr besteht auch noch darin, dass sich Blaukorn so halb aufgelöst hat und sich noch in einer Pfütze befindet oder einfach auf feuchtem Boden. Ihr Hund läuft dann da drüber und das bleibt aufgrund der Feuchtigkeit halt dann unter seinen Pfotenballen dann kleben. Und im Anschluss leckt er sich die Pfoten oder auch die Ballen eben ab. Das ist dann auch nochmal eine Gefahr. Und wenn jetzt die geschilderten Symptome ausbleiben sollten, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass Ihr Hund sich nicht vergiftet hat. Das bitte auch nochmal im Hinterkopf behalten. Das bitte auch nochmal im Hinterkopf behalten.